Da geht's auch bei der Licht. Also noch voll mit Rüstung. Ist da Licht oder ist da nicht? Hier ist ein Seil, ein paar Arme, Beine. Hier hinten geht's nicht weiter, glaube ich. Da ist eine Wand, wie es aussieht. Achso, und gar nicht bei euch. Hm, kannst du den Gambling direkt machen. Okay, geht's doch da weiter? Oder muss man die Höhle wieder nochmal zurück? Naja, Gold hier, oder? Wollen wir da nicht hoch? Oh, da muss man irgendwie hochkommen. Ah, hier. Hier. Hm. Ah, guck mal, Gesundheit. Hachi. Und Muni. Ich gehe heroisch weiter, so als heilender Magier kann ich das. Ähm, ich glaube, wir müssen hier aufklopsen, ob uns das nur was bringt oder nicht. Freiwillige vor. Ja, ich komme nicht weg. Wieso willst du weg? Warte, ich nehme mal die Picke in die Hand. Wo ist das? Da ist die Picke. Die dicke Picke. Hey ho, hey ho. Achso, Steffen macht. Hast du ihm jetzt eine Mutter gehauen? Wir müssen alle, wir müssen alle ran. Alle ran. Jeder für sich selbst. Ah, stimmt ja. Ganz vergessen. Hey ho, hey ho, hier sind wir alle Frau. Mach schneller, ich will auch. Hey ho. Hau auf da, Junge, oder ich hau hier auf die Rübe. Ja, ihr habt hochgehauen. Wie er da einfach verschwindet. Wie alles Gold ist. Nicht alles Gold, was glänzt, sag ich dir. Schade, dass wir das Gold nicht alles einsammeln können. Ja, dafür hätten wir nach Hause fahren müssen erst. Ähm, können wir eine Schmelze bauen müssen, oder was? Äh, ja, wir haben sowas wie eine Schmelze gibt es dann. Man kann das einschmulzen. Dann müssen wir nachher mal, na gut, ich meine, wir können ja mal wieder herkommen, ne? Oder die Höhle ist ja nicht zu. Richtig. Oh, Wasser. Richtig, richtig. Wasser. Äh, oh Gott, die Höhle ist so breit. Will jemand vor? Ich wollte sterben. Ich auch, der kennt den Weg. Der kennt den Weg. Doch, guck, hier geht's weiter, der kennt den Weg. Der kennt den Weg. Ein sonst wäre wie Boid. Er riecht das. Unter Wasser. Ja. Ich will in der Nase Wasser nehmen. Das ist unangenehm, wenn du Wasser in der Nase kriegst. Ähm, wo lang? Wo lang? Hier, Steffen, hier sind's eine Granade. Aber du hattest ja ein paar verbraucht. Definitiv. Ich will erst hier lang gucken. Wo lang? Aber schon geht's auch nicht. Achso, ist also, oh. Ähm, Finger. Ja, doch. Bremmer. Aber... Jeder darf mal. Netze, 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 netze. Ah. Yo. 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 Denk dran, ich schmeiß meins wieder weg. Ja. Kann Glück anhaben. Kann ich dann haben. Es ist... In dem Boden ge... Ist das euer Ernst? Es ist in dem Boden gebackt? Es ist in dem Boden gebackt. Oh, ich glaube. Es ist in dem Boden geflogen. Ist das eklig. In dem Boden geflogen? Ja, in dem Boden. Nicht in den Hoden. Oh, den muss mal kurz früher was hinter die Binde kippen. Äh, okay. Äh, hab ich da gerade... Ich bin boid, der ist ja gleich besoffen. Oh, oh, hier ist noch ein Finger. Finger? Aber ich glaube, der steckt fest. Yo, yo, Finger, Joe. Auch jetzt hier. Schnitzel, 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 schnitzel. Schnitzel, schnitzel. Aua. Sorry, I'm boid. Jo. 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 Ba. 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 Es ist wieder... Nein, es ist diesmal nicht in dem Boden. Hier, da ist es. Warte, ich lege kurz an. Kannst du dir das direkt wieder nehmen. Jo. Dann bin ich auswünstechnisch wesensvoll. Ja, ist voll, hat was getrunken. Hey. Das wäre nicht mehr boid. Oder er ist recht. Es gibt ja solche Trinker und solche Trinker. Und jetzt gibt es solche und solche. Und solche. Und solche. Wow! Dann boid. Flugbabys. Flugbabys. Rauchst du mich mal nicht? Dirk, du hast mir Rüstung gezockt, du Schmuck. Moment, Gesicht. Meine Wünsche, sie wurden nach Höhe. Wieso? Eine Schniper. Hängt hier in der Luft. Der Kollege gibt dir einen High-Five von oben. Es ist so dunkel hier. Ein Worried. Da oben. Nee, warte mal. Er da. Ja, er gibt dir einen High-Five. Gib mal her, die... Die hat mal eine ordentliche Waffe. Aber jetzt habe ich gar nicht mehr so viele Zahlen, ey. Wir sollten dann nachher... Gott. Also, ja. Ist da noch irgendwie Munition? Oder ist das ja alles, was er hat? Also, einmal lag da noch Muni. Ja, jetzt habe ich da eingehört. Ja? Habe ich entweder auch oder nicht gesehen. Wo lag die Moon? Ah, da. Direkt hier. Gut. Direkt hier. Direkt hier. Hier geht's nicht weiter? Hier geht's im Crys. Crys? Okay. Im Crys, ja. Aber hier ist noch was mit meinen Seite. Aber gut. Müssen wir jetzt wohl in die Andere Richtung. Aber von hier? Nee, von hier kommen wir nicht, oder? Nee, jetzt sieht mich da noch aus. Bin da. Nee, die Höhle durch die wir kamen sah anders aus, der Gang. Würde ich behaupten. Okay, hier kommen wir noch nicht drauf. Nee, wir müssen nur hier einmal rüber schwimmen. Babys. Die Lurchen hier so rum. Also doch. Keine Babys, sondern Lurche, oder was? Lurche haben auch Babys. Wo ist denn der Baby jetzt hin? Der Baby. 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 Da ist nichts mehr, oder? Das macht nichts. Worried. 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 Ach, jahle. Müssen demnächst mal wieder Asuka weiterspielen. Jaaa. I'm worried. Ähm. I'm worried. Oh. Das sieht ein bisschen gönn aus. Ähm. Oh! Iiii! 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 Das ist so ein neues Vieh. Iiii! 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 Nicht zu mir! Sei eklig! Oder was? Ich hab keine Munition in dieser Waffe drin. Zack. 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 Warte! Ich kann auch gleich schießen. Wow! Da hat er mir eine gegeben. Da hat er sich gerecht, der Junge. Das hat er mir gegeben. I'm worried. Ich hab keine Mun mehr. Aua! Aua! Sag mal, ich will deine Beine nicht. Ich hab nicht so'n Fetisch. Wobei die sind schon sehr stramm. Oberschenkel. Yo! Yo! Warte mal! Dirk! Warte doch mal! Yo! Bah! Äh! Nein! Warum konnte ich jetzt nicht? Weil du nicht konntest. Oah! Zwei Stück Gabels. Zwei Stück Gabels? Hier, jemand kriegt noch ein trinkendes Stück. Irgendwo hier am Felsen. Sucht es. Da ist es. Ich nehm es. Ich hab's eingesammelt. So, dann trinke ich mir mal was. Ich kann noch zwei sammeln, dann bin ich auch voll. Warum fällt der von oben jetzt so, oder? Wo fällt von oben was runter? Alle vier und von oben Steinchen runter. Achso. Das passiert manchmal. Ins Gesicht. Das nennt sich Steinschlag. Aber Carglass repariert. Carglass tauscht aus. Da ist einer. Noch so einer? Na. Oh nein. Ach gut. Hat der Punkte? Der hat keine Punkte. Der hat keine Punkte. Sammeln sie Punkte? Der ist ja schon. Der ist tot. Der auch. Wie so ein Schnitzel. Wie so ein Seelachsschnitzel. Peasant. Ich lauf den güldenden Weg. Ah, jetzt nicht mehr. Ich lauf den güldenden. Ich lauf den güldenden, glaube ich. Ich lauf den Güldenden. Muss ich zum Fußvolk runter. Oh, Dirk hol dein Kreuz raus. I'm worried. Hier war ein Kreuz rangenagelt. Oh. 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 Rutschpartie. 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 Ich kann nicht nachladen. Ich hab keine Moon. Ich glaub zumindest Rutschpartie. Rutschig. Let's go. Finger in Po Mexico. Jetzt geht's tief rein. Jetzt geht's tief rein. Bitte entspannen und weiteratmen. Könnte ein bisschen kalt werden. Wow. Boah, ist da ne Rutschpartie. Bomm. Ab ins Wasser. Bin ich. Im Wasser. Genau. Seid von mir. Hab dich gesehen. Ist halt da wo du bist, ne? I'm worried. Ich glaub jetzt könnten wir das Kreuz brauchen. Ich hab Kreuz. Ja, es könnte sein, dass wir das Kreuz brauchen. Ich hab Kreuz. Also wir müssen glaube ich nicht alle unbedingt das Kreuz draußen haben. Ich hab Kreuz. Aber wenn vielleicht einer. Ja, ich hab Kreuz. Mal gab's die nicht erstmal deine ab? Das weiß ich eben nicht. Die haben's doch ein bisschen geändert. Da läuft was. Einen Finger. Okay. Den schaffen wir so. Ja. I'm worried. Dass du gut bist. Oh, da kam was. Da kam was von der Decke. Da kam was von der Decke. Da kam was von der Decke. Ach so einer. Ah, iiii. Die kommen also auch von der Decke. Na toll. Ich wollt den Finger in Ruhe machen. Oh, jetzt hab ich keine Munition mehr für. Munition mehr dafür. Und ich hab euch noch gesagt, guckt an ne Decke. Achtung. Mach den dicken. Dirk, mach nicht bei mir. Mach den dicken. Der hier ist doch unkritisch vergleichsweise. Warte, er kommt. So, meiner ist tot. Kann ich bei euch mit schnetzeln. Vorsicht, ich komme. Ich bin tot. Ah, okay. Äh, hier liegt der Finger. Den findet man nicht so leicht wieder wie den anderen. Oh, Alter. Ich muss mal wieder schlafen, ne. Ich laufe nur noch auf Energydrinks. Ähm, hier ist meine Rüstung. Warte, ich muss mal meine Rüstung anlegen hier. Wenn noch jemand mitnehmen kann. Wo ist deine Rüstung? Hier, vor mir liegt sie. Nichts immer mit. Bitteschön. Ähm, ich will hier lang machen. Jo. Jo. Boah. Äh. Dann kriegst du nicht ins Wasser, wenn ich das Wasser hinter mir habe. Oh, ich schmeiße mal ins Wasser. Einen habe ich weggeschmissen. Einer liegt jetzt. Irgendwo. Ich weiß nicht. Nehm weg. Ich glaube, du musst das einmal anditschen, sonst sieht das keiner. Habe ich das in die Richtung? Ja, ich sehe es aber selbst nicht. Ah, er hat sich's weggepackt. Wie bei mir. Er hat sich's weggepackt. Ah, er hat sich's weggepackt. Ah, er hat sich's weggepackt. Gott, jetzt müssen wir uns wirklich die Decke im Blick behalten. Äh, was das hier ist. Aber ich finde das Spiel, wenn der mit drunter fällt. Ähm, da läuft noch ein Finger. Hier sind noch ein paar Kultisten und Muhen. Und Batterien und Muhen. Drei Finger sind es. Oh, ein dicker. Schon wieder ein dicker. Ne, ein großer dicker. Iiiii, so ein dicker, dicker. Warte, ich äh. Und noch irgendwas kam da gerade hinter, langgewackelt. Ah, noch so ein Finger, äh, so ein Handstandtyp. Feuere mich an. Kanaten. Stimmt, Hemdkanaten. Feuere in the hole. Da haut er ins Glück. Das heißt sí nie hier der. Oh knows. What's is denn hier los! Vorsicht. Au. Aua. Danke Dirk! Ich hab gerade auf den geworfen und ihr rennt vor. Ja, dann guck doch erstmal wo wir rennen und mach dann! Vorsicht Molli! Auf den dicken, dicken. Ah ne, zu weit. Gut, ich hab keine Rüstung und keine Mollis mehr. Bitte einen Moment warten. Oh Gott, wie hat er mich denn erwischt? Was soll denn das? Reloading! Kann er mich erwischt haben. Reloading! Kann der jetzt mal bitte langsam fallen? Alter, was frisst der denn an Moon? Oh. Alter, der sieht einfach nur aus wie ein übergroßes Herz auf Weinen. Was machen wir denn jetzt hier noch? Wir warten aus der Umfeld. Warte mal, ich würd mir mal ne Granate in die Richtung werfen wollen. Ja, wir nehmen alle Abstand. Nee, das kann ich nicht. Erster Ort. So. Alter, Frau Walter. Ich hab hier einen normalen bei mir direkt. Zwischen mir und Dirk. Jo. Jo. Bah. Ich hab ganze Rüstung heute. Hm, ich muss mich auch noch mal anziehen. Ja, sorry, die Handgranate war ungünstig geworfen, ein bisschen. Irgendwer hat weggeworfen, ich nehm's mit. Ich glaube, ich hab durch weggeworfen. Hast du noch volle Rüstung, Dirk? Äh, nee, ich hab vier verloren. Jetzt hab ich wieder drei. Ah, den, den kann man auch häuten? Ja. Warte, ich komm sofort. Nein, den nicht häuten kann, weiss. Lieber heute als morgen. Ich erwarte, dass er mindestens vier hat. Fünf. Jo. Jo. Bah. Äh. Er hat einen. Zwei. Zwei. Wow. Naja, immerhin. Eigentlich müsste man pro Bein eine Rüstung kriegen, oder? Wann hast du nicht noch mehr? Da, wo die herkamen, ist da noch was? Ja, es waren... Ja, da, wo die herkamen, gibt's noch mehr davon. Da ist noch ein Finger. Ah, hier liegt Moon. Ich zieh am Finger. Wo, wo? Moon, genau. So, die ist hier bei dem. Ja, Betruttisten, die haben wir auch schon. Ähm, Finger. Bist du alleine? Aua. Dott. Ja, weg. Ist hier grad keiner weiter? Jo. Ba. Äh. Ich muss was essen. So, jetzt hab ich, glaub ich, voll und... Ich muss mal kurz was essen. Ab sofort werd ich wegwerfen. Dirk lebt jetzt in einer Wegwerfgesellschaft. Richtig, verschwenderisch. Aber ich muss auch mal was essen. So, ein bisschen Whiskas reinfeißen. Das Wisch ist ganz verdorben. Bedauerlich. Ja, jetzt ist... No Energy trinkt hinterher, falls nicht gesagt. Rein in die Rohlebirne. So, wir wollten eigentlich da weiter, ne? Wollten wir das? Ja. Ja, eigentlich schon. Bin mir nicht sicher, ob hier hinten noch großartig was kommt. Vielleicht müssen wir aber auch da hinten weiter und nicht hier. Man weiß es erst, wenn man da war. Richtig. Oh, Schädel. Scullymoji. Ist das gerade gewesen? Der ist? Hat der? Hat der denn? Hat der denn? Ich glaub, hier ist die Futterhöhle. Hm. Ich hab sowas schon mal in einem Horrorfilm gesehen. Das muss real sein. Na klar, weil jeder weiß, dass Horrorfilme real sind. Naja. Also bei denen, die in Höhlen spielen, mit irgendwelchen Viechern in Höhlen. Da wär ich mir nicht so unsicher, ob das nicht doch real ist. Aber hier. Geht's noch durch. Ui. Hier geht's weiter runter. Immer tiefer hinab. Ich steig ab. Nichts hält mich da oben. Okay. Siehste, so rum geht, da liegt auch... Hier ist noch ein Seil. Finger. Woah. Erschreck mich doch nicht so. Nee, der lebt noch. Der hat noch nicht gekotzt. Los, Jacqueline. Jetzt kotzt doch endlich. Entschuldigung. So, ich werfe weg jetzt. Yo. Da. Oh Baby. Ungünstig. Egal. Jetzt haben wir. Ich hab dich. Meins ist da links geflogen. Genau da, wo Steffen irgendwie steht, in die Richtung ist meins geflogen. Ich weiß nicht, ob das noch da ist. Ja, aber da ist noch ein Baby und das liegt hier einmal um den Pfeiler. Vorsicht noch Baby. Hase, hast du es hier schon? Hast du es schon aufgesammelt? Gut. Hier geht es rum. Aber hier geht es auch lang. Es ist so verwirrend. Es ist ein Kosmonaut. Mein Bruder ist das. Woher weißt du, dass das nur Russe ist? Kosmonauten? Kosmonauten sagt man doch immer Russland oder nicht? Ich doch nicht. Nee. Nee? Doch, ich glaube, Kosmonauten nennt man es immer Russland. Kosmonauten ist wichtig. Kosmonauten war Russland. Taikonauten war China? China? Ich glaube, hier geht es weiter im Wasser. Unter anderem. Unter anderem oder unter Wasser? Ach so, ihr seid schon weiter. Okay. Ich dachte, ihr wartet da noch. Nee. Dabei seid ihr schon weg. Unter anderem geht es unter Wasser weiter. Dirk, schwimm ja nicht in einer Tichte rum. Du bist zu langsam. Schwimm schneller. Lass mich doch mal überholen. Nein. Bleibs hinten. Die ganze Zeit Dirk's Käsemauken im Gesicht gehabt. Und die Pupsel. Die wurden gefiltert durchs Wasser. Ganz wichtig. Nee, die haben das Wasser grübel gemacht. Hier ist schon wieder ein Astronaut. Was pritzelt hier denn so? Ich denke mal, wir werden uns denn hier durchhacken, oder? Ah, ja, das kann sein. Weil hier ist auch noch ein Gang, ne? Hier geht noch ein Gang. Ja, ich würde eher sagen, Gang lang. Ah, nee. Okay. Oh, okay. Komm mal hier lang. Komm mal bitte hier lang. Hallo? Hallo? Hier lang? Hier lang? Durch den Gang ist? Wo war da? Warte. Oh, guck mal, die beten. Ähm, oh. Ein Astronautenschiff. Na klar, so wird das jemand. Mein Hör kam grad nicht auf Raumschiff und Astronaut war schon halb raus. Hey, im Scrabble gibt das mehr Punkte als Raumschiff. Noch lacht ihr aber. Ich würde gewinnen mit dem Wort. Oh je. Ein Astronautenschiff. Aber mit Holz zugemacht. Das ist ja falsch mit den Leuten. Ich würde ja nicht ins All fliegen, weil die sind kaputt bei denen. Ganz viel, die sind auch Kreuze. Das beantwortet doch schon alles. Nimm ein Astronautenschiff. Ich sag's dir, im Scrabble würde ich gewinnen. Was ist das denn jetzt? Scam. Jesus. Was denn? Das nehmen wir mit. Ah, die Rüstung darf ich nicht mitnehmen oder was? Nein, du gibst dir nur die Kugel. Was? Die Rüstung darfst du auch mitnehmen danach. Na, okay. Die Rüstung darf man danach auch noch mitnehmen? Ja. Ach stimmt, dass die Goldrüstung sich jetzt... Wow! Was geht mit ihm? Er war voll motiviert. Ja. Aber ersetzt die denn oder was jetzt? Oder was ersetzt die? Ach, ist egal. Ich nehme mit. Antike Rüstung gesammelt. Er ist geradezu Staub zerfallen. Hm. Erst war er motiviert und dann nicht mehr. Aber wartet bitte nicht auf dich. Ach so, nur du bist nicht gewartet. Ich bin neugierig. Warum blitzest du denn hier in der Höhle? Weil wahrscheinlich das Metall mit dem Schiff reagiert. Ich möchte da mal rüberhücken. Ich möchte mich da in den Blitz stellen. Darf ich das? Ja, mach ich mal kommen. Halt deinen Pimmel in den Blitz. Ist bestimmt gut. Gegen den Elektrozaun pinkeln. Und, ist schön da. Hast du ein Sekret gefunden? Warte, ich muss gucken. Ja, ich treffe nichts. Also, die treffen mich nicht. Ich komme mal mit jetzt, Ty. Warte mal. Du bist jetzt hier hoch, ne? Dirk kann niemanden treffen, leider. Ja, wie ich sie einfach schon mal weiter vornach und nicht abgewartet habe. Oh, wie geil das hier oben ist. Wie geil das hier oben ist und Dirk sieht es nicht. Wenn ich jetzt getötet worden wäre, ne? Dann wärst du jetzt tot. Dann wärst du jetzt tot kommen müssen. Dann wärst du verloren, Jim. Geht's hier irgendwo hoch? Ja, hier ist ein Seil. Ja, hier ist ein Seil. Ich mach Düsenantrieb. Mit Furzen? Oder mit Daniel. Düsenantrieb. Mit Furzen. Mit Furzen. Mit Furzen. Mit Furzen. Dann kann, dann kann man schneller knettern oder Furzen. Da kann man auch schneller schwimmen. Wie war das jetzt erst angekommen? Was ist denn falsch mit denen? Wieso haben sie so lange gefaucht? Gott. Wo ist sie angekommen? Im Urlaubsort. Also bei ihrer Mutter. Achso, klar. Fährst ja weg. Tschüss, ihr Lumpen. Tschüss. Männer und ihre Orientierung. Jetzt bin ich der Letzte. Dirk ist das Letzte. Der Letzte. Der Letzte. Das Letzte. Nein, um 17.30 Uhr hat sie schon geschickt, dass ihr angekommen ist. Okay. Das ist ja. Warte mal, wohne ich denn jetzt? Handy ist Imposter. Handy ist Among Us. Ihr seid da lang gelaufen. Among Us. Hier geht's weiter. Ja. Ich komm da auch mal mit, wa? Oh, wie weit geht's denn hoch hier? Ah, wie weit geht's denn hoch hier? Ich meine ist eh. Hm, mir krabbelt da jemand im Lendenbereich rum. Hm. Das ist schwierig. Tschüss. Tschüss. Wie alle mit voller Kanne laufen, ey. Ich hab keine volle Kanne. Oh, Sauerstoff. Oh, tauchen. Hm, Sauerstoff. Sauerstoff. Ich trink zu viel. Was? Du trinkst zu viel? Ich trink zu viel Luft. Er trinkt zu viel. Ist aber ein schmaler Gang ist hier. Aber echt? Nein, hier warte ich jetzt so so ein Stempel, weißt du. Du musst dann durch. Habe ich die gut nachgemacht, die Stempel? Aha. Bin ich noch richtig? Ne. Ich hasse unter Wasser. Ah, hier geht's hoch. Aha, man kann auftauchen. Ich hab ja den Weg gemeint. Nicht im Kopf. Im Kopf, das weiß ich selber. Tschüss. Ja. Speedboat. Da dreht sich um, ob du sagst Tschüss. Oh, guck mal. Das ist dein Kreuz ganz doll lieb. Wow. Ihhh, Kreuz, 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 Kreuz. Dirk, das Kreuz. Ja, ich hol raus. Dirk hol dein Kreuz raus. Verbrenne, du ungläubiger Verbrennen. Aua. Verbrenne. Verbrenne. Tot. Lass noch rein. Ah, Dirk, Kreuz. Kreuz, ja. Kreuz, Kreuz, Kreuz. Roslind, yo, seh ich ihn nicht. Ja. Ah, da. Verbrenne. In die Wand gebuckt. Verbrenne. Nicht ins Wasser, dann brennst du ja nicht mehr, Schnuckelchen. Verbrenne. Tot. Nein, ist doch nicht. Doch. Ja, ist verbrannt. Ausgebrannt. Jo. Jo. Bah. Äh. Glaub ich wär weg. Ins Wasser, wa? Nee, ich hab's da hinten hingerofft. Guck mal, hier liegt der Fladen. Hab's. Jupp, er hat's. Jo. 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 Bah. Äh. Ich mach's wieder weg. Zwei haben weggeworfen. Ah, dann bin ich auch wieder voll. Oh, warte mal, ich kann mir aber eins anziehen. Ja, jetzt ist aber eins weg schon. Stefan hat das genommen. Ja, ist ja okay. Er ist da wie so ein Staubsauger, weißt? Ja. Ist ja okay. Ist ja okay. Ist ja okay. Ist ja okay. Ich will das mit PC, ich sag immer das gleiche. Ist ja okay. Seil? Ist ja okay. Brauchst du nicht, Seil. Ist ja okay. Ist ja okay. Ist ja okay. Ist ja okay. Langes Seil. Ist ja okay. Nur 31 war's angekommen, okay. Das ist realistisch. Wär jetzt irgendwie nice, wenn man an der Wand so ein Vieh runterkrabbeln sieht noch so. Für die Atmosphäre einfach. Mhm. Immer an der Wand lang. Oder... Wow! Oder haben da Fledermäuse entgegenkommen? Ich wollt grad sagen, oder da am Vorsprung jetzt einer sitzt und einem freundlich winkt. Na, wieder Fledermäuse? Oder sitzt da einer und winkt? Mhm. Oh, die Fledermäuse haben mich aber auch überhaupt nicht erschrocken. Ich hab nicht verzogen. Mhm. Werden wir nachher sehen, wenn das nicht raus schnell ist. Nachher? Was glaubst du, wie schnell ich bin? Dann nachher, wenn's dann irgendwann mal kommt. Alles, was nicht jetzt ist, ist nachher. Okay. Männer und ihre Zeitangaben. Es geht schnell tief. Was? Oh, geht runter. Es geht ab. Wo? Wow! Ähm... Tschüss! Warum denn jetzt? Es geht ab. Wir sind an der selben Stelle wie vorhin. Wir sind einfach nur falsch abgebogen. Hehehehe. Weil das mit dem Wasser, das kommt mir bekannt vor und das Wasser springt. Ja, das war schon drei, viermal, Dirk. Und immer war's woanders. Nee. Doch. Glaube. Ich muss ihn angucken. Glaube. Ich muss ihn angucken. Glaube. Jetzt brennt er. Er glaubt. Aber ich glaub, der hat mich gehauen. Er brennt nicht mehr. Dirk, der eine brennt nicht mehr. Brennt. Es sind zwei, Dirk. Der eine brennt nicht mehr. Brennt. Brennt. Brennt alle beide. Au. Einer ist tot. Brennt. Brennt. Er ist jammelig kapiert. Brennt. Okay. Er ist einfach. Jo. 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 Ah. Äh. Nein! Ah! Gott sei Dank. Ich hab das eh nicht mehr gesehen. Aber es hat irgendwie geklappt. Du meinst, ist da eine Ecke irgendwie reingeflogen? Kannst du das nirgst? Ja. Jo. Jo. Ich glaub, ich schmeiß dann auch gleich weg. Äh. Ich glaub, ich schmeiß dann auch gleich weg. Ihh. Ich hab irgendwas... Oh, ich schmeiß weg. Okay, wir schmeißen alle weg. Wegschmeiß Party! Ja! Party! Ist hier sonst auch irgendwie was? Ich fand das. Nicht? Na gut, weiter geht's. Na gut. Geht das Kreuz vor, oder gehen wir vor? Nein, das Kreuz geht nicht vor. Die Lampe geht gerade vor. Schrotze geht vor, meinst du wohl? Das Kreuz muss nicht beschränken. Ja. Katana geht vor. Katana kann nämlich abblocken. Schrotze doch auch, oder nicht? Da ist wieder Kreuz, zwei. Kreuz. Ja, Kreuz geht. Wo seid ihr? Da! Brenn! Ihr sollt brennen, hab ich gesagt. Sie wollen nicht brennen. Brenne! Jetzt brennt er. Jetzt brennt er. Aua, jetzt haben sie mir. Brenne! Aua! Warum brennt der denn nicht? Oh, jetzt hab ich dich vielleicht noch mitgehauen. Okay, einer ist tot. Brennt! Alle beide sind tot. Er ist auch tot. Ich muss jetzt erstmal mal meine zwei Rüstungen anlegen. Da hat noch was gequietscht. Ich weiß nicht. Ne, ich glaub die haben noch einen nachge... Nein, Dirk! Ah, hinter dir! Brenne! Wie er direkt das Kreuz rausholt. Ich hab mir das Kreuz an der Hand. Ja, aber du hast ja gerade im Rucksack. Verstehst du? Verstehst du? Verstehst du? Welche machen wir hier? Den hier? Einmal anlegen und dann... Jo? Achso. Ja, warte, ich muss auch einmal anlegen, dann werfe ich nicht weg. Haha! Ne, sie legt an. Ich leg an. Ich leg an. Jo. Jo. Bah. Aber den Rest brauchen wir ja dann nicht häuten, wenn die keiner aufheben kann. Also ich kann auch einen häuten. Na, dann kannst du ihn alleine häuten. Dann kannst du ihn alleine häuten. Dann kannst du ihn alleine häuten. Jo. Joa. Äh. Ich wollte gerade sagen, du musst das jetzt aber trotzdem machen. So, fertig. Ich muss was essen. Und trinken. Ich lebe gerade von Energydrinks. Das ist... Ich auch die ganze Zeit. Jetzt war im Ernst, als ob die Dinger einen so effizient wach halten würden. Das hält 10 Sekunden an und dann war es schon. Oh, nackt. Ja, oder schwert. Oh Gott. Ich mach... Ich... Hey. So viele Kreuze. Ich habe ein Kreuz zu tragen. Das hast du gar nicht. Ich trage es. Ich habe es auf Tasche. Ich glaube, ich höre was. Ich glaube, ich höre ein Huhn. Ich bin mir aber nicht sicher. Hä? Das ist ja merkwürdig. Hier gibt es gar keine Hühner. Puckack! Orton hört ein Huhn. Hm. Gehen wir hier hoch, wo Melton geht, oder gehen wir nicht hier hoch, wo Melton geht? Doch, hier ist was zum Holen. Haha! Nochmal so ein Brüsselsteinstück. Das sieht aus wie... Ich habe eine Hand um meine Hand. Habt ihr auch eine Hand um eure Hand? Ich habe auch Finger in meine Hand. Er hält immer jemand deine Hand. Und jetzt ist die Frage, wo es weitergeht. Wo es weitergeht. Vielleicht hier? Könnte sein, ne? Ja, ich glaube. Was haben wir denn hier für ein fucking Höhlensystem gefunden? Ey, du kommst hierher noch nie mehr zurück. Da schon wieder zugenagelt. Verflixt und zugenagelt. Kommen wir jetzt bald mal langsam hier raus? Und dann heißt es wieder, ey, Mann, wo ist mein Auto? Emanuel? Nein, nein, Emanuela. Okay. Oh, Moon! Hier ums Eck. Fly me to the moon. Da. Ah, gut. Gut. Normaler, es ist normaler. Normaler. Da kann ich nichts mit dem Kirche machen. Der wollte gerade anfangen zu singen. Noch einer. Der da ist tot. Ich glaube, der ist auch tot. Ja. Ich hätte ihn schon im Fallen aufheben können. Er hätte es ihn gestützt. Der ist nur mal eine Stütze für ihn gewesen. Nääää. Warte mal, ich nehme mal wieder das Kreuz raus. Der hat keine Stütze beantragt. So. Gibt es hier was, außer Hand und Fuß? Ah, Natascha. Natascha? Natascha. Natascha. Da kommt mit Natascha. Natascha? Babys. 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 Baby, Freistoß. Ich will noch kurz gucken, wie ich mal mein Ding ins Kreuz umbauen kann. Oh, hab ich dich jetzt gehauen? Ja. Entschuldigung, kriegst du eine Rüstung von mir. Kriegst du einen Keks? Mit Schmack, du Katz. Baby. Ich glaube, das hier treibt ab. Das ist so ein abgetriebenes Baby, ja? Naja, das ist so ein Wasser und treibt halt so vor sich hin. Tschüss, Dirk. Ja, ich wollte nur gerade gucken, ob ich... Aber ich kann nicht. Er kann nicht. Ich trink mal kurz. Ja, muss ich noch nicht, aber ich stelle mich schon mal hier oben hin, dann habe ich einen guten Blick voraus. Dann hat sie einen guten Blick. Glaube! Ich glaube, da geht es schon wieder tiefer, ey. Ich glaube, da ist schon wieder eine Rutschpartie. Es geht tiefer. Ah, nee, tauchen. Nicht rutschen, tauchen. Ich sehe nichts. Licht! Licht! Ach, jetzt ist Licht. Es geht in der Kiefer. Bin ich richtig? Ich weiß es nicht. Nee. Ich kann Steffen hier mit so viel Selbstvertrauen und immer durchschwimmen im Dunkeln. Er macht es halt einfach. Er denkt nicht nach. Ja. Er sagt sich einfach schwimmen, einfach schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Dirk, was machen wir, wenn wir traurig sind? High five! Genau, mit Skeletten. Oh, mein Oxygen war einmal alle. Oh mein Gott, Oxygen ist fast alle. Füllt von alleine auf. Füllt von alleine auf.